Wie ihr seht, haben wir dann nochmal diese Jeanshose, die ich jetzt die Anhaare ohne diese Knopfgleise, sondern mit einem Reißverschluss und hier vorne mit ganz tollen Strasssteinchen. Also die Jeans sitzt auch super gut, die ist ja auch jetzt richtig schön mit Elastan, das ist auch eine ungemerkenbare Formuzar. Diese Jeans kommt 49 Euro, ist aber auch super toll gearbeitet, eine ganz tolle Qualität, ist auch etwas dicker, also natürlich schön im Winter warm. Gut, mit den Metiniello-Rosen haben wir auch nochmal zwei Rottöne, ich weiß nicht, ob ich jetzt eben, ich bin mir nicht sicher, ob sie gezeigt hat, ich zeige die mir nochmal, zu 39 Euro. Das ist einmal dieses Verdot-Rot und einmal dieses Wein-Rot. Hier eine ganz tolle Pulli, dieser Pulli ist auch etwas kurz, ist richtig schön weich gearbeitet. Vorne etwas kürzer, für die Säden hinten etwas länger gearbeitet, sehr sportlich, hier vorne auch schon zwei kleine Knopfglasen platziert. Dieses Teil kommt 25 Euro und führt das super, richtig kuschelig an und ist auch eine reine Witzgröße. Also nochmal hier auf der leichten Pulli, dieser ist mit dem U-Boot-Ausschnitt. Dieser Pulli ist etwas kürzer geschnitten, fällt auch hinten ganz gut, fällt auch ganz gut aus. Also ihr könnt ihr auch tragen, von Größe S bis Größe L, kommt 15 Euro, ist im Angebot. Also ist auch eine ganz, ganz schöne leichte Sache und sieht super schick aus. Auch nochmal ein Sweaty. Dieses Sweaty ist extra etwas länger geschnitten, auch etwas weiter geschnitten, wie ihr seht. Hat einen guten Fall, kann man auch tragen, von Größe S bis XXL. Dieses Sweaty hat hier vorne eine ganz tolle Applikation, da drauf ist ein Stern. Superstar, wie heißt das? Absolut Star. Absolut Star. Ich konnte das hier oben nicht sehen. Dieses Shirt kommt 29 Euro, ist richtig schön bequem, könnt ihr auch wieder verstellen. Also ist wirklich ein super Shirt, wie ihr auch seht, das ist auch ganz toll auf diesem Schnee zu sein. Also hier habt ihr entweder eine Jacke, eine Bolljacke, nicht 75% Bolle, recht schön schrecklich geschnitten, hier vorne mit großen Taschen, wie ihr seht. Knopfleiste, mieten und eine Kapuze. Und ihr könnt die Jacke auch hinten nochmal unterhalb verstellen, etwas weiter oder auch etwas enger, wie ihr es gerne möchtet. Die Jacke könnt ihr auch tragen, von Größe S bis Größe XL. Diese Jacke könnt ihr waschen auf 30 Grad, also ist auch Waschmaschinenfest, obwohl es jetzt voller ist. Ja, dieses Teil kommt 59 Euro und sieht einfach gut und schick aus, finde ich. Besonders wenn man die auf dem Haufen trägt, hat die auch noch einen ganz guten Pfeil. Also wie ihr seht, hat die einen super schönen Pfeil, auch schön sportlich sieht die aus, auch wenn man die auf dem Haufen trägt. Die eine sportliche Jacke, diese Jacke, die sind hier nochmal etwas länger geschnitten, aber im Main-Tree, da fällt es richtig schön gut ab. Das Schikanerjac ist diese Zopfmuster, also heute schön abgerundet ist, das geht indirekt so rund, also schließt auch unterhalb nochmal. Ja, dieses Teil könnt ihr auch wie ein Schallkragen legen, also könnt ihr so wirklich schön weit auslegen. Oder könnt ihr auch als Teig kaputtet haben. Ja, dieses Teil kostet 29 Euro, ist super weich und auch sehr anwendig zu tragen. Diese Longjacke, diese Annahme, fällt sehr gut aus, sie wird getragen von SPXL, hat auch mal hinten eine schöne Länge, unterhalb auch nochmal platziert, sowie auch über den Taschen und auch im Oberhalt, das wiederholt sich auch nochmal in den Namen. Diese Jacke kommt 29,90 Euro und die könnte getragen von SPXL, ist richtig schön kuschelig warm und sieht einfach super aus. Das ist ein sportlicher Pullover, der ist noch mehr in der Seite abgesetzt. Mit so einem Gummibändchen, hier unten auch nochmal ein kleines Bündchen, sodass man die Pulli jetzt richtig schön anstoppen kann, damit man ihn auch fast kürzer tragen kann. Bei dieser Pulli ist so richtig schön sportlich verschnitten, mit einem kleinen Kauerschnitt, fühlt sich auch richtig kuschelig warm an, kommt 29 Euro, ist eine Einheitsgröße, dazu passend, mit dieser hübsche Kette, passt doch, mit dem Stern, mit zwei Sternen drauf, innerhalb dann noch zwei, innerhalb der Sternen, siebenblaue Streissteinchen verarbeitet, diese Kette kommt sie hin.